Das ist das Stipendium für das Internat in den Bergen. Hast du es bekommen? Nein! Bist du Matina? Ja. Oh, shit, die neue. Ich bin saugt. Es gibt nur eine einzige Regel hier bei uns. Interne und Externe mischen sich nicht. Wir, die Internen vom Internat und die Externe um den Dorf. Shit, Externe. Yes! Der Schmunzler kommt zurück! Oh, shit! Die Externe haben angefangen. Natürlich, immer haben die Externe Schuld. Das muss jetzt endlich mal aufhören. Wie ihr wisst, steht unsere Abschlussfeier bevor. Und wir haben uns überlegt, dass die Externe und Intern das Stück, das fliegende Klassenzimmer, gemeinsam aufhören sollten. Was? Leute, das wird das fliegende Klassenzimmer. Wir basen voll in die Nase dran. Und hinten ein Raketentriebwerk. Hier wohnt doch bestimmt jemand. Was machen Sie hier? Das geht dich wirklich gar nichts an. Ich glaube, wir sollten ihn den Nichtraucher nennen. Hä? Aber der raucht doch. Die Externe am Durden führt, alle zum See. Los! Hu 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 hu. Hu 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 hu! Das ist von einer Schlacht. Hu 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 hu. Können wir nicht einfach mal Frieden schließen? Ist es so schwer? Wir sind ja. Heben wir ab und wir schweben. Nein, 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 nein! Auf! Bitte nicht! Wir halten jetzt zusammen. Denn mit Träumen kann man fliegen. Oh, denn mit Träumen kann man fliegen. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf das fliegende Klassenzimmer. Denn mit Träumen kann man fliegen. Freunde sollten immer zusammenhalten. Ich bin ja.